Scheiße Mann, wo haben die denn den Hubschrauber gekauft? Bei Nanakerl. Wollt ihr uns helfen? Der Scheißpilotenladen? Ja, Scheißhubschrauber. Oh, Rollschläger. War ja klar, dass du den wieder nimmst. Ja, besser als ein Pistol. Machst du jetzt einen auf Michael Jordan, oder wie der hieß? Du mein Zeigerwurz? Du mein Zeigerwurzschläger. Ja, ja, Michael Jordan, man passt. Waren wir nicht hier schon? Sieht irgendwie so ähnlich aus. Die sieht doch alles gleich aus, oder? Ja, irgendwie schon. Und die sind auch Zombies. Da brennt's. Zoweit gedreht, Entschuldigung. Wir kriegen wir uns jetzt hier alle gegenseitige rein. Äh, Jockey? Ja, kommt dir meine Arme. Der ist ein Hunter. Ich hab'n Death. Oh, das fand'n nicht so doof. 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 Nein! Ich hör'n nur die Motorsäge. Die springen in den Tod? Ähm, hier runter. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Bist du da jetzt runtergejumpt? Ja. Du hast doch gesagt, hier runter. Oh fuck. Und du darfst auch hier sein, dass es halt nicht runtergehen können. Hier ist auch ne Spritze. Tank. 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 Hallo da. Ist rein. Ah, scheiße. Keine Muni mehr. Oh, was war das? Ich hab' keine Muni mehr. Na toll. Ich hab' keine Muni. Danke. Der? 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 Warum? Der Charger die ganze Zeit. Oh, der ist verpestigt auf dem Dreck. Ach man, dieses Dreck, wie wenn du mir jetzt nicht flannenlokst, ne? Totgeknüppelt. Oh shit. Der ist oben auf Dach. Perfekt. Hunter. Nein, es geht doch nicht schon wieder auf mich. Ach man. Es geht doch nicht. Es reicht aber auch mal. Der ist ein Scheiß Jockey, dann Hunter. Dann Charger. Perfekt. Ich hab' ne Charger verstanden. Charger Binks. Oh nee, Oma. Komm schon. Oh shit, Jockey Jockey Jockey. Oh not her. Schla局 hat nicht. Wo bringt der denn hin? Hu. Ich schlafe der... Oh man! Weißt, wie's mir die Vorhung klinge. Masel erkundet schon mal die Welt. Ja, Masel macht das jetzt zum Alleingang, ne? Klar, soll ich? Ziemlich krass, wenn einfach alles, was ich eigentlich aufsuchen sollte, plötzlich zu mir kommt. Das ist ziemlich cool. Ah, fuck! Oh! Voll aus dem Leben gekickt, ich... Ich werde zerquält! Ich werde zerquält! Masel, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, ich würde ein Klippel nehmen, wenn ich die wäre. Ja, meinst du? Ja, glaub schon. Meinst du so? Jo. Spritze. Meine! Ich hau mir gerne Spritze in den Arm. Was? Schneid das raus. Nein! Ich bin ja... Tada! Oh, nein! Au! Mann! Oh, wollen wir denn die Bratpfanne? Äh, ich hab eine. Läuft ihr die geben? Ja, weil dann krieg ich vielleicht auch diese Errungenschaft, weißt du? Danke. Hey, bing! Ja, sorry. Verbündet da. Na, die zerfetzen dich! Schwit, schwit! Ich zieh einfach die Bratpfanne über den Schädel. Guck mir! Soll ich... Nein! 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 Danke! Oh! Willst du? Ja! 6! 0! Ich hab ihn umgefammt! Punkt, Punkt, Punkt! Danke, mein Mann, bis hab ich 70. Äh, 70, 50. Schatz, nicht jetzt bitte, ja? Was? Was? Du bist Single, halt die Schnauze. Ohohohohoho! Muss ich mich daran erinnern! Ohohohoaus. Warte auf, zu falar, Barbie. Uhuuuuhhhh! Ja, okay, geht raus, mach die Tür wieder zu. Ne, also ich bleib hier drin. Hilfe! Komm ich rein, da draußen, es ist gefährlich. Julia, guck. Oh, da ist Licht! Guck. Ich kann auch Licht machen, guck mal! Warum hat er denn Wonders hingeguckt? Hit-Counter, Boots! Ah! Ich hab ihn anfliegen sehen! Das war so ein männlicher Schrei, oh mein Gott! Ja, du stehst jetzt voll in der Scheiße, weißt du? Alles gut, das bin ich gewohnt. Ach so, okay. Ach, weißt du was? Komm her, komm her, komm her! Wieso hältst du jetzt mich? Halt du dich doch! Ich hab doch einen Medi-Pick! Ja, weil das besser so ist. Glaub es mir. Oh ja, genau da! Das ist besser so! Genau. Schauen wir mal Licht aus. Oh, alles klar, eine Bratpfanne reicht nicht. Ne, eine Bratpfanne reicht wirklich nicht. Schade. Hey, und jetzt ein Hunderweg, ja hallo! Sag mal, was ist denn hier schon wieder los? Smoker? Au, 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 au! Danke. Hier gibt's noch eine M4. Hier gibt's noch eine M4 im Schrank, wenn jemand will. Ja gut, dann gib mir keine Hilfe, passt schon. Ich komm doch! Erhaltet dieses Ding auf! Und schon. Safe aus! Sag mal, wer jault denn hier so lange? Ja. Entschuldigung. Na toll. Ja, dann geh zum Schiff. Ist ja doch schon längst gewesen. Was denkst du denn? Was denkst du denn? Ja. 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 Ja, jetzt. Ja. Vielen Dank.